Seit 2005 begleitet der Pflegedienst Christiana alte und kranke Menschen in Dortmund und Umgebung. Der Mensch steht bei der Pflege stets im Mittelpunkt. Pflege bedeutet für den Pflegedienst Christiana das direkte Zusammenspiel zwischen den hilfsbedürftigen Personen und dem qualifizierten Personal. Dabei sind Respekt, Toleranz und Verständnis der Grundstein für eine individuelle, patientenbezogene Pflege. Jeder Mensch ist anders. Aus diesem Grund ist die individuelle Pflegeplanung in Absprache mit den betroffenen Patienten und den Angehörigen besonders wichtig. Die Erhaltung und Förderung der Lebensqualität im Alter und in schwierigen Gesundheitssituationen ist das Ziel. Die hohe Qualität in der Pflege wird durch die Qualifikation und das Engagement der Mitarbeiter sichergestellt. Das starke Team verfügt über umfangreiches Know-how und Erfahrung, die den Patienten zugutekommen. Das Team des Pflegedienstes Christiana ist 24 Stunden täglich für Sie da.